Was geht ab? Ich ein Schöntchen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pete's Meat kocht. Heute aber auch ein bisschen anders und zwar machen wir Gartic Cooking. Also eine Art stille Post. Das bedeutet, ich koche jetzt gleich ein Rezept, was einfach ist, da kommen wir gleich drauf zu. Ich schicke anschließend von meinem fertigen Rezept Sebastian ein Bild. Der kocht das, schickt das weiter, der kocht das, schickt das weiter. Und am Ende zeigt uns Christian, ich glaube es war Christian, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was draus geworden ist, ja. Dann dachte ich mir, was ist ein Gericht, was einfach ist? So, für die erste Folge müssen wir jetzt nicht irgendwie mit so weit richtig komplexen anfangen, wo man nur ein Bild von bekommt. Also was einfach ist und wahrscheinlich jeder schon mal gegessen hat, aber was trotzdem Verwirrungspotenzial hat. Und dann dachte ich mir, ein Bauerntopf. Der ist relativ simpel von den Zutaten her und auch von der Machart, aber vielleicht verwechseln Leute den mit Chili con Car, dachte ich mir dann. Die Sachen sind auch relativ simpel, er hat nur ganze fünf Schritte das Rezept. Und zwar am Anfang werden Kartoffeln geschält und kleingeschnitten. Und dann schließend dann wird Paprika kleingeschnitten. Man nimmt Hackfleisch, bretzt Hackfleisch an mit Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch. Dann kommen die Kartoffeln und die Paprika kurz noch da rein für fünf Minuten. Und Schritt fünf ist dann alles andere zu den Zutaten kommen wir sofort einmal in clean. Und ja, packen rein, lassen sie kurz auf, können wir fett. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Für zwei Personen 250 Gramm Kartoffeln, 250 Gramm Hackfleisch, eine Paprika, eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, Öl für das Hackfleisch zum Anbraten, 400 Milliliter Gemüsebrühe, äh, Gemüsebrühe, äh, Gemüsebrühe, 50 Gramm Tomatenmark, tatsächlichen Teelöffel Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer und noch ein bisschen Paprikapulver, eben süß oder rosenscharf, je nach Geschmack. Und das ist es auch schon. Also eigentlich nicht so schwer, äh, was auch sein soll für die erste Folge. Mal gucken, wohin das jetzt schon führt. Ne, bin sehr gespannt. Also, fangen wir an mit den ganzen Geschichten. Das Rezept ist so einfach, man braucht nur eine Pfanne. Wir brauchen 52 Gramm Kartoffeln. Wenn es immer wieder fasziniert, wie wenig Kartoffeln 52 Gramm sind. So, die werden jetzt hier mal ganz kurz von der Schale befreit und hier von den Dingern. Schritt zwei. Paprika putzen und ebenfalls ein kleines Stritt, äh, Würfelchen schneiden. Da, da, da. Fertig. Schritt drei. Das Hackfleisch in einem Topf mit Öl anbraten und den Zwiebeln und dem Knoblauch. Okay, das heißt, als allererstes nehmen wir uns den Knoblauch. Das sind ja voll die Kleinen nur noch dran. Zwei Zehen Knoblauch. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nacky. Mal ganz ehrlich. Okay. Jetzt ist mir auf den Boden gefallen, aber egal. Für die Größe kann ich es euch trotzdem noch zeigen. Mein kleiner Finger. So, wunderbar. Und natürlich kurz noch eine schöne Zwiebel. Dann noch unseren geilen Zwiebel, schneller 5000. Bisschen Öl. Wunderbar. Bereiten wir schon mal 400 Milligramm, äh, Millizär Gemüsebrüder vor. Ich müffle tatsächlich immer sehr gerne diese Cappuccino-Löffel, damit man besser umrühren kann direkt. Zwei davon. Du rein. Die Kartoffelwürfel sowie die Paprika zugeben und etwa fünf Minuten lang mitbraten. Danach die Gewüsebrüder unterrühren. Dann kommen die jetzt mit rein. Geht eh davon aus, dass sehr viel rausgeschnitten wird, weil mein eigenes Screentime darf nicht so lang sein, obwohl ich das da schaue. Also, ich muss unbedingt zum Friseur. Ach ja, diese First World Problems. So lang sind meine Haare mittlerweile. So, nächster Schritt, Schritt vier. Jetzt kommt unsere Gemüsebrühe. Ab darin. 400 Milliliter. Dann noch durchrühren. Alexa, time war fünf Minuten. Ja. Schritt fünf und der letzte. Wir tun jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer rein, weil das habe ich tatsächlich vergessen. Das hätte man schon früher machen sollen. Jetzt kommen rein. Ein guter Schuss Paprikapulver. Komm rein. Kräuter de Provence natürlich einen Teelöffel. 50 Gramm Tomaten mal. Oh, das ist scharfes Tomatenmark. Das ist dreifach konzentriertes. Das ist also viel schlauer als das scharfe. Das ist halt wie in der Schule. Da gibt es halt die Leute, die konzentriert haben, die anderen waren scharf. Okay, lassen wir das. Das lassen wir jetzt noch köcheln und dann ist das auch schon fertig. Das heißt, unsere sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Et voilà. Wir haben jetzt, äh, ja, einen ganz einfachen Bauerntopf. Das werde ich als Sebastian schicken. Bin sehr gespannt, was der daraus machen wird. Ich glaube, man kann aber kennen, Paprika, Kartoffeln, Hackfleisch. Bin gespannt. Hoffe, bin einfach gespannt. So, ich werde es ja im React dann sehen. Deswegen bedanke ich mich von meiner Seite aus vielmals fürs Zuschauen. Ich werde heute leider keine Appenmod machen können. Deswegen nehme ich einfach eine Appenmod vorauf und mal gucken, ob die reingestellt wird oder nicht. Und das sieht mir aus, wie etwas, was ich schon häufiger gekocht habe, wovon ich aber nicht weiß, wie es heißt und wie das Rezept genau geht, weil das habe ich, glaube ich, immer mit einem Rezept gekocht. Aber gegessen habe ich es auf jeden Fall schon öfter. Definitiv bei meiner Mama. Da sind auf jeden Fall Kartoffeln drin. Da ist auf jeden Fall Hackfleisch drin. Und Paprika. Diese drei Grundzutaten sind auf jeden Fall safe da drin. Deshalb habe ich die hier schon mal hingelegt. Ah ja, Zwiebel. Also hier, das sieht schon flüssiger aus, wenn man sich das auf dem Löffel anschaut, wie das auf dem Löffel so drauf ist. Ich gucke mal, was ich hier für Gewürze noch finde, was ich mir noch so zusammenstelle. Mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir auch Gemüsebrühe, denn ich glaube, das ist das, was da diese Kräuter sind. Das würde ja schon passen. So, let's go. Sammy, bist du bereit? Wir schneiden jetzt Kartoffeln. Ja, und dann würde ich sagen, let's go. Da haben wir die Kartoffeln noch geschält. Der Topf ist ein bisschen geschrumpft. Das ging einfach. Das müssten jetzt ungefähr ein Kilo oder so Kartoffeln sein. Ich würde jetzt einfach mal einen halben Liter Gemüsebrühe machen. Ich mache noch ein bisschen mehr, weil es sind nicht alle Kartoffeln bedeckt. So, jetzt brauchen wir das Hackfleisch und die Zwiebeln. Wir nehmen aber vegetarisches Hack auf Wunsch. Und wir nehmen hier noch zwei Charlotten. Der Papa, der macht hier wieder Quatsch. Quatsch mit Soße. Hä, wieso siehst du, dass ich das nicht richtig mache? Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Ich mache das voll gut. Was ist das denn jetzt hier? Ja, wenn ich das schon mal gekocht habe und weißt du. Ich habe das auch schon mal gekocht. Und? Aber so, nee. Ja, cool. Zwiebeln haben wir geschält. Hasi, soll ich nochmal Knoblauchzehe mit reinballern? Ja, ne? Nee. Die macht da nicht so viel rein. Hä, was? Das ist für zwei Tage. Da kann ja wohl eine Knoblauchzehe rein. Wie? Sonst bist du immer dran, ja, Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Wenn das jetzt schief geht, dann haben wir zwei Tage nicht zu essen, weil das wäre doof. Nee, nee, nee. Wie, nee, 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 nee? Also in der letzten Zeit habe ich sehr gerne Soßen, wenn ich die mit Fond gemacht habe, mit Gemüsebrühe, sehr gerne auch mit dem Tomatenmark angebraten. Das war ganz lecker. Oh, die Kartoffeln fangen an zu blubbern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, hier vorne. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier ist ja Holland in Not. Also das riecht doch schon mal ganz gut hier mit den Zwiebeln. Dann können wir gleich das Hackfleisch da reinballern. Das anbraten. Wenn das fertig gebraten ist, dann müssten wir das eigentlich zeitig sogar genau abgepasst haben, dass es dann mit da rein kann. Also zumindest macht das in meinem Kopf ganz viel Sinn. So, zack. Gönnung. Okay, Hasi, vielleicht wird das mehr als für vier Tage. Schmeiß ich die? Nee, mit anbraten macht irgendwie wenig Sinn. Die wird ja quasi mitgekocht noch. Du darfst mir keine Tipps geben. Als ob das jetzt einen Unterschied macht, ob ich die anbrate oder da reinwerfe. Yummy, Lady. Ich glaube, das gibt nachher Ärger. Wir müssen hier einfach mal ein bisschen Gas geben. Aber wir müssen natürlich noch salzen und pfeffern. Ja, ganz klar. Kräuter der Provence. Und geräucherte Paprika habe ich auch für mich entdeckt. Auch durch eines von den Pietri-Kochdingern. Übelst geil. Kartoffeln sind gut. Ich hoffe für uns alle, dass das richtig ist. Also so grundsätzlich würde ich sagen, das sieht schon fast aus wie bei Bram auf dem Bild. Warten wir mal ein bisschen Tomatenmarkt noch an, was wir dann da reinballern können. Eigentlich bin ich damit sehr zufrieden. Das sieht genau so aus. Mal gucken, ob es auf dem Teller dann auch sofort so aussieht. Wir lassen uns noch mal kurz köcheln. Und dann würde ich sagen Geschmackstest. So sieht es jetzt aus. Ich finde, das ist sehr nah an dem dran, was Bram mir als Foto geschickt hat. Der nächste, der dran ist, ist Jonathan. Das heißt, diese Bilder werden Jonathan erreichen. Ja, ich würde mal sagen, ich probiere mal eben, dann gibt es sofort eine Wertung. Da du schon viel gegessen hast, scheint es gar nicht so schlecht zu schmecken. Meine Kartoffeln sind Matsch. Das halt, also da, wir hatten mehlige Kartoffeln und die passen da halt nicht gut rein. Also ich würde hier eigentlich sieben von zehn geben, weil es siebeneinhalb von zehn ist. Weil es einfach, ist lecker, kann man für mehrere Tage machen. Geiles Gericht, aber ich muss hier einen halben Punkt abziehen für mich quasi, für die falschen Kartoffeln. Es bleibt trotzdem lecker. Bleibt bei sieben Punkten für dieses leckere Gericht. Und bin gespannt, was Jay daraus macht. Moin Moin, ihr Geiltschütchen, herzlich willkommen zu eurer neuen Folge Peatsmeetcom. Und wisst ihr was, es ist super spannend gerade bei der Krone des Ärmsten. Also du solltest echt einfach anfangen, Instagram-Kanal zu machen, um dich der Welt zu veräußern. Ohoho, ich soll mich der Welt verkaufen? Nö. Note. So, wenn man heute Gartik guckt. Moment, das muss ich ja gar nicht ankündigen, denn die anderen machen das ja schon. Ich habe mein Bild von Sebastian bekommen, ja. Und das wird hier jetzt bestimmt irgendwie eingeblendet, hier in diesem wunderschönen Bereich. Das erinnert mich tatsächlich, auch zumal das erste Rezept von Bram kommt, dass das so ähnlich ist wie dieser Bauernhacktopf von Maggi. Man sieht die Zutaten, man sieht da denke ich mal, entweder sind es Tomaten oder Paprika, ich habe einfach beides gekauft. Kartoffeln sieht man, Kartoffeln sieht man, Hackfleisch sieht man und ja, irgendeine gewisse Soße, ich habe jetzt wie gesagt, das wird dann ein Tomaten quasi und ein bisschen Tomatenmark. Ja, man kann ja auch bei Gartikphone kann man ja auch ein paar Sachen zusätzlich machen und ich möchte jetzt noch Möhren da reinfügen. Ja, und dann gehen wir mal los. Ich würde sagen, ich muss erstmal alles klein schneiden. Alter, das ist ja aus wie ein Pimmel. Hat man das gehört? Alter, weiß ich nicht. Ich habe es gehört und ich rieche es auch gleich. Ja, auf, darüber zu reden. Ja, ist klar. Habe ich schon Bock auf das Essen, muss ich sagen. Ich hoffe, das schmeckt. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Komm, wir sind zwei. So, wir haben fast alles geschafft, was es an stressigen Aufgaben meistern gibt hier. Alles klein geschnitten und wir gehen an den Herd. Heiße Pfanne, heißer Typ, gleich heißes Hackfleisch. Das ist noch halb gefroren, also nee, eigentlich ist es nicht mehr gefroren, ich habe das glaube ich lange genug draußen gelassen. So, also das muss man jetzt anbraten, schön krümelig. Ich habe ein bisschen weniger Hackfleisch tatsächlich genommen, weil Frau Io jetzt nicht so der größte Fleisch-Fan ist. A.K.A. eigentlich gar nicht, aber ein bisschen muss da leider rein. Wobei, ich hätte auch veganes nehmen können. Sie mag auch ein bisschen Hackfleisch so. Also schon fast durch mit der Aufnahme. Das ist echt entspannt, das geht super fix. Wenn man nur nicht klein schneiden müsste, den ganzen Kack. Salt und Pepper. So, jetzt kommt die Le Tomatenmark da rein. Das wird noch mit angebraten. Muss ja auch ein bisschen den Geschmack dran, nicht? Jetzt die Tomaten. So, wenn wir eine Schürze haben. Schürze gibt es bei Fils nicht, Punkt Store. Sehr gut. Schön Wasser rein. Mehr Wasser. Zack. Jetzt haben wir einen Topf. Da müssen wir jetzt noch Gemüsebrühe reinpacken. Voller Geschmack und Gesundheit. Und danach haue ich einfach die rohen, alles was roh ist, packe ich da einfach rein. Und lasse das kochen. So, halbe Stunde, 40 Minuten vielleicht. Je nachdem, wie schnell die Kartoffeln halt auch sind. Auf jeden Fall ist das jetzt eine gute Portion. Moin Moin, ihr Garnisch nichtchen. Herzlich willkommen zum letzten Teil von Feet Sweet Koch. Das ist richtig. Da kocht nämlich das Essen. Und das ist jetzt, wie lange ist das jetzt drin gewesen? 40 bis 45 Minuten schon. Ich habe dann irgendwann, alter, die letzten 10 Minuten offen kochen lassen. Vorher habe ich es halt geschlossen kochen lassen, damit ein bisschen Flüssigkeit rausgeht. Und ja, jetzt würde ich sagen, probieren wir mal. Das ist, glaube ich, sehr heiß. Ich habe da jetzt zusätzlich noch gewürzt, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker, Chili und ich glaube auch rosenscharfen Paprika und edelsüße Paprika. Ich habe da einfach gemischt. Achso, stimmt. So sieht das jetzt aus, wenn wir natürlich ein Foto von machen. Das ist Jays Gartic Cooking. Das von Sebastian ist tatsächlich irgendwie dunkler, als ob er da Maggi oder sowas reingepackt hat. Also ich finde, meins sieht nicht schlecht aus, aber bei mir ist das, glaube ich, eher tomatenlastiger. Ich habe keine Ahnung, was Sebastian tatsächlich da reingemacht hat. Probieren wir mal. Ich finde, es wäre lecker. Ich bin... Oh, die Kartoffeln. Doch, ich finde, die Würze ist schon da. Du merkst den Pfeffer und ich merke das auf jeden Fall. Für den Arbeitsaufwand, den ich da jetzt drin hatte, der war halt nur schneiden und ein bisschen an dem Ding stehen. Und danach habe ich es kochen lassen. Ich habe in der Zeit Diablo gezockt. Das ist wirklich ein entspanntes, einfaches Rezept. Essenstechnisch ist das definitiv eine super solide 7,5 von 10. Es schmeckt lecker. Ich werde das auf jeden Fall nochmal kochen. Ja. Was gibst du? Ähm, 8. Dann geht's weiter zum nächsten. Ich habe von Jonathan ein Foto bekommen. Zwei, um genau zu sein. Und das habe ich analysiert. Es ist halt offensichtlich ein... Es ist eine Art Eintopf. Wir sehen relativ eindeutig, würde ich sagen, Kartoffeln, Paprika, Hackfleisch, Karotten. Eine rote Flüssigkeit. Und die große Frage, ob jetzt noch Tomaten drin sind oder nicht. Das da könnte rein theoretisch Tomatenfleisch sein. Ich bin der Meinung, es könnte sein, dass das keine Tomate ist. Also keine Dosen Tomaten. Man muss die Soße dann aber rot bekommen. Und das versuche ich mit folgenden Zutaten. Ich hacke Fleisch. Ich habe... Naja, wir brauchen eine Flüssigkeit. Dafür habe ich Gemüsefond. Mein Gedankengang ist, dass ich es mit Tomatenmark rot bekomme. Kartoffeln habe ich erkannt. Und Möhren habe ich erkannt. Und das ist es eigentlich schon. Es ist nämlich relativ viel, was hier Teil dieses Gerichtes ist. Ich werde die Kartoffeln selbst, also eigenständig kochen. Einfach, weil es dann simpler ist, glaube ich. Aber dafür müssen wir sie erst mal schälen. Ich bin auch überrascht, dass ich keine Zwiebeln drin gesehen habe. Ich glaube kaum, dass die die irgendwie versteckt haben oder so klein geschnitten haben, dass die nicht zu sehen sind. Also muss ich davon ausgehen, dass keine drin sind. Was irgendwie unüblich ist, finde ich für solche Hausmannskostgerichte. Ich finde es eigentlich schon fast schade, dass keine Zwiebeln drin sind. Alright. Die Kartoffeln haben wir jetzt im Topf. Kochen die einmal gut durch. Können uns dann in der Zeit schon mal um den anderen Kram kümmern für den anderen Topf. Dafür öle ich einmal den anderen Topf ein. Und sehr viel weitere Schälarbeit. Die lagen jetzt schon ein bisschen im Kühlschrank, die Karotten. Merkt man, die haben ein bisschen eingebüßt. Jetzt voll das Brain AFK-Schälgericht. Da muss man nicht viel bei nachdenken. Das ist nur für ein kleiner Lümmel. Okay, der blöde Schälen hat jetzt schon eine halbe Ewigkeit gedauert. Gut, ich mache mal den Topf an. Und dann schneiden wir mal ein paar Karottenstückchen, nicht? Oh, ich habe die Paprika vergessen. Oh, das ist gut, hat mir dann noch ein Fett. Aber die Karotte braucht dann eh noch am längsten. Deswegen kommt die auch als erstes von den Gemüsesachen in den Eintopf, den ich in zwei Töpfen mache. Paprika, wo bist du? Seh dich. Oh, ich habe sogar zwei Paprika gekauft. Oh, die müssen weg werden, also ein bisschen Paprikahaltiger. Aber macht ja nichts. Herz rausreißen, damit man sich stark fühlen kann. Oh, die Kartoffeln kochen endlich. Oh, Schütze, kochen über. Damit war nicht zu rechnen. Vielleicht das Hackfleisch anzubraten. Okay, muss mich gleich ausrasten da. Schimmert deine Bällchen, Motherfucker. Ich würze das Hackfleisch schon mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Aber ihr seht da unten schon, das hat so diese Mini-Fettbläschen, die ich auch bei Jay auf dem Foto gesehen habe. Das heißt, wir werden jetzt hier auch gar nicht mehr ewig dran rumbasteln und warten, bis die ganze Flüssigkeit weg ist. No, no. No, no, no. No, no, no. Sondern wir packen jetzt hier mal einen schönen Schuss konzentrierte Tomaten rein. Haben wir den Spaß auch leer gemacht. Gutes Restessen, muss ich sagen. Ja, sieht doch gut aus. Dann packen wir jetzt Gemüsebrühe dazu. Garniamin. Ich sage nochmal einmal die gleiche Menge Wasser. Und darin kochen wir jetzt die Karotten. Die Röte der Flüssigkeit haben wir auf jeden Fall gut erreicht. Okay, die Kartoffeln sind von fertig. Das hätte ich vom Zeitmanagement besser machen können. Aber dadurch, dass die Kartoffeln übergeschwappt sind, habe ich zumindest was Schönes hier hinterlassen. Die Karotten sind noch ein bisschen hart, aber schon lecker, essbar gut. Das heißt, ich packe jetzt hier noch die Paprika dazu, damit die auch noch ein bisschen kochen kann. Weil die auch eine geile Quali hat. Und die Kartoffeln. Und dann ist sie in meiner Perspektive schon fertig. Dann muss ich nur noch abschmecken. Aber das gucken wir gleich. Ja, würde ich sagen, kann man machen. Jetzt müssen die hier nur gute Konsistenz haben. Was sie meiner Meinung nach haben. Also sind halt nur matschig. Aber noch bissfest. Genauso, wie ich es eigentlich gut finde. Würde ich sagen, fertig. Zeit zum Probieren. So, das Endergebnis. Im Vergleich zu Jace. Zugegebenermaßen nicht so weich gekocht. Jace war weicher gekocht. Also vielleicht kann man mir jetzt sagen, das ist nicht richtig. Wir probieren mal. Ein bisschen Hackfleisch. Ein bisschen Möhre. Ein bisschen Kartoffel. Und ein bisschen Flüssigkeit. Vorsicht, Jace. Heiß. Wieso sagst du mir das vorher nicht? Das ist aber lecker. Wir lassen es mal auf und dann gibt es nochmal eine Endbewertung. An mich. Teller leer. Sehr lecker gewesen, meiner Meinung nach. Sehr schmackhaft. Ne, Hanni? Ja. Richtige Antwort. Natürlich simpel. Nichts Außergewöhnliches. Aber lecker. Im Endeffekt kommt es nur darauf an, was man für Gewürze rein tut. Ich gebe mal 7,5 Punkte von 10. Und habe das Foto natürlich an Christian weitergeleitet, der jetzt dran ist. Ich bin fertig. Gibt es noch Tschüss sagen oder so? Tschüss. Ich bin der Letzte der Reihe. Und das Foto, was ich von Peter gekriegt habe, seht ihr hier. An dem Moment. Das war das andere Bild. Das hier. Was sehen wir hier eigentlich? Offensichtlich sind natürlich die Ananasstücke, die man hier ganz groß sieht. Dazwischen ein bisschen Apfel, was ich überhaupt nicht verstehe. Karotten, Hackfleisch und eine rote Suppe. Es könnte Ananas, Apfel, Hackfleisch, Suppe sein. Gekauft habe ich deswegen Paprika, Karotten, die Ananas, also Kartoffeln. Ja, und ich gehe mal davon aus, das ist so ein Bauern-Eintopf. Das Ding ist, ich kann sie nicht erkennen, vielleicht ein bisschen, dass da Zwiebelstücke drin sind. Deswegen, ich werde mal Zwiebeln reinmachen. Bei Dennis, in diesem Punkt schätze ich seinen Geschmack sehr. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein Knoblauch drin ist. Ja, und die rote Suppe, das ist so eine Sache. Die wird gemacht mit Gemüsebrühe bei mir. Und normalerweise, nach passierten Tomaten sieht das für mich nicht aus. Auch nicht eigentlich nach Tomatenstücken. Ich habe leider nur noch zwei Tomaten. Daraus muss ich dann meine Brühe machen. Wird ein bisschen challenging. Beginnen wir erstmal mit dem besten Part überhaupt beim Kochen. Mit dem Schälen. Und ich werde zweierlei machen. Einmal so ein Süppchen mit Hackfleisch. Ach ja, Hackfleisch habe ich auch. Hier, Hackfleisch. Ja, und daraus muss ich mal was machen. Ich habe so einen Bauern-Eintopf noch nie ohne Rezept gemacht. Aha, da ist wieder der Karottengeier, ne? Hier, schieb dir erstmal eine Möhre hinten rein. Äh, vorne rein. So. Ab damit. Was ist das? Du sollst sie nicht hier essen, Emma. Hopp, hopp. Du isst doch sonst nie hier. Schwimm mal ab. Die Paprika werde ich in kleine Stücke machen. Die Tomaten auch. Ja, das sind zu wenig Tomaten. Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, brauche ich wahrscheinlich so eher vier bis sechs Tomaten. Also selbst mit X machst du nichts. Äh, die Kartoffeln werde ich in der Brühe kochen. Die müssen dann natürlich als erstes da rein. Dann die Karotten. Und als letztes die Paprika. Das ist wie bei Gardeckforn so eine Kategorie, die gut durchgekommen ist wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum eigentlich Currywurst mit Pommes gemacht hat oder so. Ganz leise, weil die Deckel drauf machen. Der triggert schon. Noch ist der Drache nicht geweckt. Er schläft auf seinem Gold von Möhre. Oh, der Drache hat kurz Lunte gerochen, aber dann wieder abgelassen. Oh, wir haben das Interesse des Drachen geweckt. Gerade hat sich der Drache noch mit der Möhre beschäftigt. Scheiße, ich kriege das nicht da drauf. Oh, 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 oh. Der Drache ist auf uns aufmerksam geworden. Okay, ich habe es drauf. Jetzt müssen wir schnell sein, bevor der Drache kommt. Oh, oh, oh. Emma, das ist doch super, dass du immer so viel Spaß daran hast. Die Tomaten, wie mache ich die denn? Die müssen ganz klein und zwar in so Vierecke. Wer könnte Vierecke besser produzieren als der... Nicer, da ist er. Oh, weiser, nicer, da ist er der Küche. Was ist deine Weisheit? Auf Paprika immer feste draufhauen. Also, wenn ich mir das Bild von Peter angucke, da sind diese Dinger ein bisschen größer. Aber hey, dafür schmecken meine besser. Ach ja, die gleiche Weisheit für Paprika gilt natürlich auch für Tomaten. Tomate einsatzbereit. Eingehäufte, zwei, drei, ja. Da muss ja eh noch Salz rein in so eine Kapazelle. Hackfleisch werde ich wahrscheinlich auch relativ spät anbraten, damit das nicht so ein Wasserfleisch wird. Also, da Suppe, da Hackfleisch. Fangen wir an mit der Zwiebel und dem Knoblauch. So, dann kann ich währenddessen noch da mal ein bisschen meine Runde und mal schnell die Kartoffeln. Aber weißt du was, die schmeißen wir direkt da rein. Ach, scheiße, die muss ich auch noch waschen. Ach, Tomatenmark, das habe ich vergessen. Ach, guck mal, da kommt bestimmt so ein Esslöffel oder so rein oder vielleicht zwei. Kurz nochmal zum Herd. Die Zwiebeln möchten bewässert werden. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hint vor dir Kartoffeln. Und hin vor dir Tomaten. Ja, ach, was soll der jetzt? Zwei Esslöffel Tomatenmark. Ich glaube, mehr Wasser soll ich vielleicht nicht nehmen. Aber dafür vielleicht mehr Salz. Hallo, die Waldfee ist da dann, Blubbeln. Ähm, das habe ich jetzt mal angemacht. Ja, moin, Alter, was ist das denn? Höhen-Topf, ein Topf. Gucken wir mal die Möhrenchen rein. Ja, blubbelt jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt machen wir das heiß, braten dann, äh, das Krümel, hakt es an. Ich möchte mal Thymian da reinmachen. Klar, ne? Das hat ja nichts. Okay, Hackfleisch, let's go. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, warum ich jetzt gar kein, warum ich eine Pfanne benutze. Also, das ist eigentlich fertig. Das brate ich jetzt noch fertig. Joa, viel mehr kommt da nicht dran. Wir sehen uns gleich beim Essen. So, der, das ist fertig. Das ist noch ultra heiß. Ich habe jetzt das gehackte hier beigetan. Hier haben wir so einen Würfel, wo alles drauf ist. Da haben wir Zwiebel, da ist ein Stückchen Knoblauch, Karotte, Paprika und, äh, hier, ne? Der Rest, was war da noch? Kartoffeln und Hackfleisch. Ja, der Druck ist gut. Wollt ihr auch probieren, immer her. Ja, Fräulein Gierlapp, man hat ein bisschen Hunger gehabt und sich den Teller ein bisschen voll gemacht, kann das sein? Ja, lecker. Na gut, dann essen wir mal auf. Alles aufgegessen. Morgen gibt es schön Wetter. Ich bin gut satt geworden, muss ich sagen. Die Kombi aus Kartoffeln und Karotten ist sowieso immer eine gute Idee. Da kann man eigentlich, finde ich, nicht viel mit falsch machen. Ich fand's gut. War ein gutes Essen. Äh, brr. Ich würde eine 7 von 10 Christians geben. Bei dir? Ich ließ mich an. Ja? Sehr schön. Guck mal. Ging ratzfatz zu machen. Du musst ja nur ein bisschen Karotten machen, Zwiebeln, Paprika und die Kartoffeln, alle sind topf, fertig. Also das war wirklich, wirklich fix. Deswegen gehe ich auf eine 7,5. So was sollte belohnt werden, wenn Sachen schnell gemacht sind und lecker sind, aber jetzt auch nicht drei Klumpen Fett drin haben. Das war's mit Pete's Meat Kocht für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's doch diese Woche wieder gefallen. Guckt auf jeden Fall Donnerstag auch ins React rein. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anders zu sagen als Jag die Bäuerin, du Sau. Bis nächste Woche.